hallo hallo freunde wir starten äußerst pünktlich mit dem stream dann kusher der sich nur noch was zu trinken holt und dem duschkopf kaputt gegangen ist hi freunde hi army hi flo ich hoffe euch gehts gut ich hoffe ihr hattet einen schönen tag bis hier ich muss noch meinen charakter auswählen ich nehme natürlich dongy kong weil ich ein geiler bin ich hoffe ich habe nicht zu krassen delay oder so weil ich spiele jetzt gerade über ein so genanntes aufnahme programm und warte jetzt nur noch bis die anderen quasi wieder zurück sind damit ich mit denen zusammen das ganze ding hier spielen kann ich habe bisher eine einzige runde mario party in diesem mario party gespielt auf spaceland ist also ich habe actually keine ahnung wie die meisten bretter funktionieren ich glaube ich habe den wald mal so ein bisschen gesehen und den kuchen kenne ich noch irgendeine irgendwo her drei bis vier sekunden muss es sein ich hoffe jetzt einfach mal nicht das wäre nämlich sehr belastend welche map spielt ihr jetzt wissen wir noch gar ich habe noch gar nicht festgelegt und halle perdi ich hoffe die gehts gut ich denke mal wir werden irgendwas spielen was nicht spaceland ist weil ich habe ja spaceland quasi schon mal gespielt ziel wäre es auf jeden fall dass ich irgendwann einmal alle spieler auf downy streams da habe das war nämlich auch mein traum in super mario party und ich glaube ich kann mich in muten weil der werte buscher du kommst heim so mein stream ist jetzt auch und haben wir eigentlich schon festgelegt welche map wir spielen wollen ist da auch nie ja willst du dich jetzt richtig krass aufregen so wenn du lust einfach mal richtig einfach zu weinen einfach so im stream wäre das nein ja okay dann spielen wir trotzdem spaceland warum spielen wir okay wir spielen offensichtlich doch ich war ich habe spaceland schon gespielt ich weiß wie es ist auf der linken seite zu stehen hast du irgendwas noch nicht gespielt alles außer spaceland ja dann lass doch wo die wird spielen und dann später spaceland weil in der zweiten runde ist man so ich fühle ich fühle ich bin ja ich hoffe die anderen sind von der lautstärke auch okay das das dürfte dann gerne sagen freund ist das okay hast du gerade gesagt dass du heute richtig bock hast nicht mehr zu atmen ja warum okay aber wollen wir dann den wald spielen den wald haben wir lange nicht mehr gespielt also jetzt außer downy also ich rede von unserer truppe wir können spielen oder wir können spielen was wir wollen im endeffekt den wald spielen wir den wald bisher nur einmal gespielt und den kuchen deswegen der wald ist halt nur aber lasst den wald spielen wir können auch den kuchen spielen der kuchen ist das jetzt was war ich will halt jetzt aber jeder lasst lieber den wald spielen der kuchen ist mit hallo und den das ging gut ich hoffe ich habe euch einen geht's gut die sind jetzt alle einigermaßen laut genug ich kann einfach auch gar spielen offensichtlich jetzt sehen dann kann ich nicht mehr wir spielen 20 rund eine stunde bis anderthalb stunden geht's gut ich habe die daumen nach oben gegeben habt ihr gesehen als bei mini spiele ein mini game pack und danke wenn mit crowd ein von euch bei mir steht auch alle ja da fehlt alle arten oder auch vielen dank für deinen neuesten und ich danke schön ich möchte mich übrigens immer wenn ich sowas sagen dass jeder bescheiden ist ich glaube dass eine witzige runde und schneide ich die so zusammen für youtube und dann schreibe ich und den titel add doremifasolasi2002 wie das die youtuber immer machen oh mach ich mal da mach ich schnell youtube kanal auf der dorimifasolasi2002 add doremifasolasi2002 eskaliert in mario party das tut sie wirklich gelegentlich ja das tut sie wirklich gelegentlich immer was stopp ich hasse doremifasolasi2002 ich auch gut dass die nicht mit uns spielt ich habe übrigens keine ahnung wie diese map funktioniert ja nein wieso ne 1 wieso wollen wir neu starten nein ja lass mal wirklich neu starten überall auf der map sind ähm Piranha-Pflanzen und du kannst für 5 Münzen glaube ich die kaufen damit die Münzen klauen und für 30 damit sie einen Stern klauen wenn jemand drauf kommt auf das Piranha-Pflanzenfeld genau und der Stern ist immer an der gleichen Stelle das ist korrekt Tramingo ach warte der ist wirklich festgesetzt hier ok wild ja ja der ist immer auf der spitze des Kuchens haha die spitze des Kuchens ich liebe Kuchen ich auch aber der ist bestimmt nicht vegan weiß man nicht er wurde bestimmt Mandelnilch verwendet um den zu machen und vegane Eier der ist bestimmt aus Plastik den kannst du also essen vegane Eier also ok ja vegane Eier ja entspannen ja entspannen einfach wir vier labern sein das heißt ihr müsst euch ein bisschen selbst unterhalten beziehungsweise es ist halt es wundert mich nicht wenn heute nicht so viel Chatter ist das ist aber auch ok dass ich mir zehn gewürfelt hab und dann einfach durchgelaufen bin du hast ein Glücksfeld bekommen ich sag da kann man kein Auge machen doch ich schon schade Freunde seht zu wie geil ich würfeln kann fünf das war übrigens immer meine Rückennummer im Fußball deshalb ist das quasi meine Glückszahl also fängt es schon mal sehr gut an jetzt bitte einfach keine drei oder vier ich kann das jetzt nicht so früh ich mach einfach jetzt zu jeder zahl eine wilde Anekdote oh auch ne fünf fünf war übrigens die Rückennummer das war übrigens nicht meine Rückennummer im Fußball ach wirklich nicht ne tatsächlich nicht hast du jemals Fußball gespielt Kutcher? äh ja so zwei Wochen und dann haben mich die Kinder abgefuckt und dann bin ich nicht mehr hingegangen zwei Wochen als sechsjähriger haben mich die Kinder schon abgefuckt oder was ja na gut oh oh das ist das ähm was muss ich machen? äh ganz auf A drücken und wenn die Kugel kommt runter drücken den Stick rein drücken oder nach unten ja dann weiß ich wie die Steuer nicht rein drücken äh kleine Storytime als wir das das erste Mal gespielt haben meinte wir sollen ihn rein drücken dann sind wir gestorben also ah ne ihr müsst ja runter drücken ach ne hups das habe ich wohl verwechselt so ich bin jetzt gespannt weil ich finde jetzt wahrscheinlich den Delay heraus es gibt eigentlich recht wenig Delay würde ich sagen ja ich meine nur von von nicht von nicht mal wegen 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 dem Controller oh mein Gott bin ich scheiße nicht mal wegen dem Controller ja ich bin kacke nicht mal wegen dem Controller an sich sondern wegen weil ich das ganze ja über Streaming Programm dies das mache habe ich immer ein bisschen Angst dass da doch zu viel Delay entsteht am Ende komm ich bin erster werden Mann ich bin erster nein fuck ah scheiße ja Freunde ich spiel mich jetzt hier erstmal warm mein Leon was geht Alter das tat gerade weh boah hätte ich meine Boden Spam Taktik gemacht wäre vorbei gewesen aber ich konnte nicht hatte zu viel Schiss dann dass ich runter drücken nicht hin bekomme jetzt habe ich hier so krass in ich bin ehrlich mir ist es nicht wert meinen Pro Controller kaputt zu machen ne also maschen kann ich ganz gut maschen kann ich auch prinzipiell aber ich trau mich bei meinem Pro Controller gar nicht so krass weil ey das ist jetzt ein bisschen ein Struggle aber ich gönn mach das Ding ist dauernd ich mach den also ich leg den immer auf den Tisch dann und dann tue ich so als hätte ich so Parkinson mit meinem Finger quasi und dann swam ich so die A-Taste durch und dann klappt das immer ganz gut oh jetzt habe ich nur 17 Minuten na gut wenn du meinst Kuche also ich äh ich spiel ich gewinne auf legale Weise stimmt das ist illegal tatsächlich sein ja ist illegal der wird schön auf dem Oberschenkel gesmasht wenn überhaupt entspannt Burak also ich spiel wahrscheinlich jetzt gleich gegen Burak also ich würde da jetzt gleich rein ah Toni wir könnten vielleicht Teamspiel haben du könntest dann sie 20 Münzen haben spätet darum ah ok wir gewinnen das Spiel danach Kucha ja also steht auch in meinem Plan deshalb bin ich ja aufs rote Feld gegangen oder ich wünsche jetzt auch ne 1 das war ja strategisch genauso gewollt oh jawoll scheiße ok Kucha wir müssen ja jetzt reinhusteln nicht schaffen das ich brauch das ich brauch das auch ich hoffe das ist irgendwas wo man matchen muss ich habe letztes mal ich habe letztes mal das Tauzi mit meiner Hand in der Fläche gemacht und sie tut immer noch weh seitdem by the way also das ist wirklich warum du das überhaupt gemacht hast ja weil ich gewinnen will ich bin ein Gewinner ich nehme Schmerzen auf mich auf ich finde das ist für den Sieg Drei Sinnen wahnsinn gut Drei Sinnen? haben wir noch gar nicht gespielt glaube ich Ah Gleisinen waren ja doch das ist ähm da müsst ihr A matchen und wenn wir nach rechts gehen müssen wir nach rechts drücken da auch nicht Neuer Papier ok ich muss A smashen links rechts weil oben unten hat gerade auch irgendwie was bewegt ok wir müssen noch ein bisschen bremsen zwischendurch ich habe verstanden glaube ich wie es geht ich glaube das mit dem Bremsen werde ich nicht kapieren wann wir bremsen müssen aber hey du musst eigentlich nicht bremsen wenn du gut genug bist wir sind gut genug ich bin bereit danke Ralf für deinen nicen Sub genau Gott sind wir geil sehe ich jetzt schon nach links Schmerz ich sehe uns jetzt schon die also ich habe nach links gedrückt warte sind wir haben wir gewonnen? ah unentschieden ok warte mal du weißt wir sind beide in der gleichen Richtung wir sind beide gleichzeitig einfach gestorben oh das ist gottlos ich wusste nicht mal dass das funktioniert ja kann man ohne B drücken schaffen oder Burak? also wenn ich alleine spiele schaffe ich das also ich habe nach links gedrückt sehr viel mehr kann ich leider nicht machen ich habe auch nach links gedrückt ich glaube man kann nicht ohne Bremsen wenn ich ehrlich bin also das war irgendwie ein bisschen gottlos gerade alles und Hallo Stone und danke nochmal Ralf für den nicen Sub Kuss geht raus an dich aber dir gehts gut ja ich bin wieder gesund Thoran danke ah das ist entspannen ein Ereignisfeld ist das wow minus 5 Münzen was ein tolles Ereignis das gefällt mir und jetzt verschwindet die Mume wieder und dann ja jetzt kannst da wieder jemand rein dippen sieben wusstet ihr dass es sieben Zwerge gibt ja bitte ja einer dazu ist Burak der andere ist Maxi das ist richtig ähm ja mir fällt mir leider nicht ein fallen wir sonst keine kleinen Leute ein ich sag Burak ist so klein der zählt für zwei ich glaube ich gehe auf gute und down jetzt haben wir nicht alle gelacht gerade ich habe auch Mann gesagt war das Lachen gut das ist ähnlich ähnlich jetzt muss ich auch gedacht dass mir nicht gewinne ne lass mal alle auf Buscher gehen ja bitte aber das macht ja das Spiel gar keinen Spaß mehr wenn man sich verbindet gegen jemanden man hat sich nicht wie man im selben Team ist dann macht es ja wirklich denn das macht gar keinen Spaß mehr ja aber Leute lassen wir auf Burak gehen haha oh nein das ist angelspiel oder ja das ist eigentlich wie nein ich klasse dieses Spiel ja ich meine natürlich so ein ja lassen wir es einfach spielen nein dann lass es einfach sein jetzt down jetzt drücken sie doch mal bitte ja ich muss doch einmal kurz die steuerung ich habe das Spiel noch nie gespielt nein selber nein wie klasse ist ich hasse es warum macht ihr nicht ganz nach hinten muss ich noch irgendwas drücken damit er das Ding festhält ne oder ne du musst einfach nur durch die ziehen ich hasse dieses Spiel so sehr also wirklich es ist unfassbar ey ich drück so minimals und trotzdem bin ich irgendwo oh mein Gott ich habe eine Münze damit bin ich gleich auf mit Toni ey du der Wahnsinn komm schneller ach ich dachte ich krieg die Truhe vielleicht ich habe noch nie die Münze nein so weit wollte ich gar nicht aber immerhin noch meine Münze nehmen wir mit ich habe immerhin noch ich habe immerhin noch so minimals angezippt das ist so gottlos wie weit geht der oh oh die hatten den selben im Blick ja nein was so weit wollte ich auch schon wieder nicht was ist das für eine Steuerung wirklich die Steuerung kommt einfach aus der Hölle ich habe eine Münze ich habe zwei ich habe zwei ich kann nicht mehr ich will nicht mehr ich will nicht mehr ich will nicht mehr du hast wenigstens sechs Münzen ja aber ich kann mir jetzt keinen Stern kaufen wenn ich viel würfle ja aber kusher darum geht es doch gar nicht es geht doch nur um den Spaß okay der Spaß kann mir mal getrost den Buckel runterrutschen ich will keinen Spaß in diesem Spiel haben ich will gewinnen oh okay schade hallo ich habe dich jetzt gut ich habe das so ein schönes ziel ach man eine acht also mann du meinst putenspiel was was hat irgendwie den Chat gerade geschrieben ich weiß nicht was er damit meint aber ja oder nein je nachdem was du hören willst nein statt das böse Harvard ach so ach so was sagt man dann pute stattdessen weiß ich nicht das so ähnlich klingt ja weiß ich jetzt nicht ob ich aber okay liegt jetzt im Auge des Betrachters glaube ich ja aber gut hattest du irgendeinen der original Mario Party Titel Downy die es auf diesem Spiel gibt? ich hatte nicht mal eins der Konsolen die es für diese Spiele gibt na gut moin Alex ich glaube mein erstes Mario Party war Mario Party 8 erst impliziert dass es 7 davor gab die ich nie gespielt habe ne mein erstes war die S stimmt die S kam vor 8 raus ja ich glaube auch aber die S habe ich auch nie gespielt weil ich sie nie besessen habe oh je hab ich genug mit es nirgendwo nicht du bist die geilste aaaaaaah ja das Geld kriege ich irgendwann wieder zurück ja lecker schmecker soo bitte jetzt einfach ne 6 ah perfekt das ist meine Lieblings 6 ja meine auch aber ist doch ein Glücksfeld das ist doch mild ich hasse Pusche und hallo Togekäse hallo Resche warte mal wieso spielst du mein Mann da und du weißt mein Mann das Recher das ist meiner ja das ist korrekt nicht so bewandert nicht so bewandert bewandert jajaja jajaja oh und ich hasse dich oh das mag das Spiel nicht das kriegt man immer noch nicht hin ich bin zu schlecht im räumlichem Denken dafür du musst einfach mal auf A drücken wenn du denkst du hast du Ketten und am nächsten an der dran ist ah wirklich Antonia ja Downy ich hab Downy bist du Downy ok ja es reicht Kuscha Kuscha wäre gerne Downy natürlich ich hoffe auch ich hasse mein Leben ah nein ich glaub ja war noch viel zu früh ja bei mir auch ja same dadurch hat Kuscha jetzt gewonnen ja das Ding war beim Üben ist der dann auf einmal nach dem Ding rasant bei mir gewesen deshalb ja rasant 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 deshalb dachte ich mir ich drück doch ein bisschen früher aber hat nichts gebracht schade ja doch seh ich dabei es tut mir leid manchmal aber online mit anderen leuten die mini spiele geübt wären keiner das war nur einmal man reicht halt tatsächlich auch einfach schon also wollte ich einfach nur anmerken ich lieb's ich lieb's ich kann auch oh ne bezüglich was hab ich gerade gesagt da gibt's immer vier Samen und einer von denen ist der Bausam und geht halt auf Bausas Kuchen und da musst du Bausam Münzen abtreten und kriegst manchmal gar nichts ich hab aber halt auch keine Würfel deshalb äh München rasant prima du hast definitiv das Zeug zum Superstar wo ist denn mein Wasser jetzt da hab ich grad die einen Foto schocken sollte im übrigen irgendwas wegen der Audio nicht passen Hintergrundmucke oder so lauter leiser was auch immer ne immer immer gerne reinschalten ist alles okay Leute Dauni irgendwie du bist so still irgendwie nö ist alles okay ich muss halt überlegen was ist muss überlegen was ich mache aber Dauni der strategische Boss ich bin so ne also meine Erfahrung hat mir gezeigt dass ich tendenziell sehr gut darin bin keine Sterne zusammen in solchen Spielen aber Dauni warum hast du so vier Münzen äh weil weil ich einmal aufm rotes Feld gekommen bin und dann hat mich noch ne Pflanze gegessen und noch mehr erinnere ich mich nicht ich glaube das reicht aber auch schon Moin Meister und ansonsten hab ich noch nicht besonders viel gewonnen muss ich gestehen Opsi sorry man hasst Kuscha wow Danke Kuscha was passiert Chunche Test 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 Mach mal kurz wen im Audio von Kutcha gegönnt Äh das war wachscheinlich das Geräusch vom Mikro alguma reinstecken tut mir Leid wenn das eklig war. Nein, das war einfach so ein Fan, die du spielst oder so. Warum schon nicht das alleine hier spielen? Ja, wir müssen das gewinnen, Leute. Ist jetzt besser, Chad. Kubus, der verdammt ist. Wer ist alleine? Leider ich. Also, ihr habt gewonnen. It's Tony time. Wir müssen den kleinen Stein zerstören. Okay. Habe ich verstanden. Schafige. So nicht mit mir. Das war mein Moment. Mit Würfeln kenne ich mich aus. Ja, aber ich sage besser, dass ich nicht gewonnen habe, weil da hätte ich die ganzen Münzen Bowser geben müssen. Ja, und ich habe auch gerne Münzen. Yo, ich habe Münzen. Imagine, du hast so null Münzen, aber bist halt nicht letzter. Und dann sage ich, Bowser, ja gut, dann nehme ich auch einfach den Stern, wenn du nichts dagegen hast. Ja, doch, das fände ich. Aber nur für diese Runde fände ich es jetzt witzig. Ja, eigentlich schon. Ah, okay, entspannt. Äh, nee, nein, 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 nein. Was ist das Bowserfeld? Nein. Das ist das Glücksfeld. Oh, das ist das Bowserfeld für einen ganz kurzen Moment. Oh mein Gott, wenn sie jetzt anspüchen. Bitte keine 20. Ja. Ey, das war so knapp. Das war so knapp. Ich habe so versucht, Richards Taktik anzuwenden. Brownie Würfelstar nennen sie mich auch manchmal, das ist richtig. Brownie Würfelstar. Nö. Oh, doch. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich will ein Kusher und Tony wissen wahrscheinlich, worauf ich gehen will. Ach, nö, Buchheit, lass uns doch. Es wird schon keine Lust mehr. Es geht echt schon los. Es geht auch einfach nicht mehr anders. Nö, man muss. Ach so, dann muss ich zwingend immer Münzen zahlen bei dem Goomba. Ja, ja. So ne Drück, so. Aber du kriegst sie, du kriegst sie eigentlich in der Regel wieder zurück. Also da vorne läuft wie Bobby so losfällt und dann kriegst du 10 Münzen vom Kupfer geschenkt. Genau. Okay. Außer du bist bei Bowser, da verlierst du nicht alle deine Münzen einfach instant. Aber ist wirklich wie so ein Losfälle, einfach wie bei Monopoly habe ich nie... Oh nein. Oh, gönn. Ach, Gott sei Dank. Ja, was gönnt, Digga. Man gönnt hier nicht. Das ist Mario Party. Hier wird nicht gegönnt. Sieben. Na gut. Sieben. Daunie, warum hast du das Spiel jetzt eigentlich doch geholt? Das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Weil es nur 48 Euro gekostet hat und ich dachte, das waren 60 Euro Vollpreistitel. Nö, nö. Ja, das konnte man nicht wissen. Super Mario, der Teil davor war ein 60 Euro Spiel. Daunie ist reich, deswegen. Ach so, ja gut, das erklärt einiges. Nein, ich bin überhaupt nicht reich. Ich habe wahrscheinlich mehr Geld als... Also wenn Buraks Kontostand immer noch so ist, wie er davor war, dann bin ich reicher im Vergleich dazu. Nein, doch, du bist reich. Na gut. Aber wahrscheinlich ist Kushas Kontostand höher als meiner. Hä? Blaunie? Hä? Kusha, du bist reich. Im Spiel, in den Leib. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ihm euch vorstellt, so, also... Also so wie du teilweise eigencashkommst, ist immer so vor, als wärst du reich. Ja, du bist von Richkinder, so soll man sagen. Oh nein, das ist das Spiel. Ich hasse Fallball. Das war so gottlos, als ich da noch gegen dich hat war. Äh, nein, hallo, es reicht mir mit euch. Ja, weil, also... Nein. Wollen wir starten? Ja, wollen wir. Ach du Scheiße, wo bin ich? Warum dreht der sich nicht? Was war das denn? Der hat sich nicht gedreht, ich hab B gedrückt und der dreht sich nicht. Bitte, Burak. Nein. So verdient, Junge. Ja, Kusha ist die Person, die mich immer rauskickt in Minispielen. Jedes gottlose Mal, ja. Kusha, ja. Tauni hat sich das Spiel geholt, weil es teuer ist, aber nicht zu teuer. Ja, das trifft es tatsächlich ziemlich genau. Das ist wie bei BDSP, das kostet auf Amazon statt 60,57 Euro und da denk ich mir, ein Schnapper. Da ist ein Schnapper, Freunde. Die drei Euro, das ist quasi ein Döner. Aber das fühle ich mich. Das stimmt ja. Das ist gerade ein kleines Geräusch, Burak. Ich hab ausgeatmet. Na gut, Burak. Okay, ich muss kurz auf dem Board gucken. Ich kann das nicht durchstehen. Ich hab nicht mal ne Einschätzung, wie dieses dumme Brett überhaupt richtig aufgebaut ist. Also außer, dass es ein Kuchen ist. Also es ist ein Kuchen, der sich im Kreis dreht. Und wenn du auf die Bowserinsel kommst, ist das zwar kacke, weil du Münzen abgibst, aber du kommst auch direkt wieder dahin, wo der Stern ist. Burak, warum? Hey, Leute. Burak, ich kann das so früh nicht. Hey, Leute. Ich kann das so früh nicht. Komm, Burak, gönn. Ich hab nix zu verlieren. Gönn. Sei einfach mal ein netter Buber. Ich kann das nicht. Ich bin so nervös. Oh, Mann. Ja, ich darf drei Münzen abgeben. Ich hab leider zu spät realisiert, dass ich diese drei Münzen abgeben muss und ich bekomme. Dann war das Ja leider schon draußen. Ah, mein Internet ist auch gerade am greppieren. Geil. Oh, nö. Ich seh unten. Naja, also nicht das Internet im Spiel, sondern das Internet vom Stream. Ja, da hat jemand meinen Aussetzer gehört. Außer bei Kucha. Ja, bei Kucha Stream. Ja, juckt ja auch niemanden her. Nein, ich wollte weiter runter. Aber okay. Das ist auch in Ordnung. Auch nicht. Hm. Ah, Richard fühlt es also. Aber bei mir ist es nicht das Spiel oder das Discord. Das Discord. Das ist gut. Hat man anscheinend leider trotzdem schon. Komm, Kucha, mach's auch Shots Time. Nein, nein, ich mach erstmal was. Kucha ist, Kucha mach sowas nicht. Was erwartest du? Er macht's nur in der letzten Runde, um Sterne zu bekommen, aber verkackst du. Ja. Das ist durchaus korrekt. Ich hoffe, du würfelst unter 10. Ich hoffe, du würfelst unter 10. Ja, jetzt noch eins. Fick. Vielleicht komm ich auch einfach aufs Bowserfeld jetzt dadurch. Weiß man ja gar nicht. Nein. Das würde ich fühlen. Du kannst doch gar nicht, also meinst du da unten aufs Bowserfeld? Nein, wenn ich jetzt durch auf die Bowserinsel komme. Geht doch gar nicht. Aber nee, die Sachen, die setzen sich, ne? Hurra, ich darf 10 Münzen abgeben. Wir sind schon 7 Runden hier und ich hab das Gefühl, ich hab noch nichts erreicht. Ja. Ja. Hurra, Kucha. Hurra. Hurra. Ich glaub, ich komm wirklich aufs Bowserfeld sogar. Nein, tust du nicht. Das ist zu weit hinten. Du kommst auch aufs Glücksfeld. Ah. Ich komm wirklich aufm Bowserfeld. Oh nein. Ich koste das. Ich schwör bei Gott, ich wette, er wird jetzt plus 20 machen. Hey, Kucha, das war das Beste, was passieren hätte können. Ja, ich weiß halt nicht, wo ich draufgekommen wäre, wenn ich unten gelandet wäre. Aber, ja, stimmt, ja, ist okay, passt recht. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, Kucha, dass das Beste war. Jetzt gerade dürfte eigentlich beim Internet tatsächlich nichts sein, das leuchtet gerade grün bei mir. Also müsste eigentlich alles bei mir gerade passen. Kugelkast. Oh nein, nicht was. Ach, das ist das. Oh, fuck. Ich bin der Umling, du Rack. Der hat Chaos zu wörtlich genannt. Nicht alle auf mich, das ist gemein. Piss dich, Piss dich, Burak. Ich wollte zur Pusche. Burak, es nervt. Lass es. Es nervt. Nein, Dodi. Oh. Ich weiß, habe ich gemerkt. Wir koexistieren einfach. Nein, du bist so ein... Nein, ich bin nicht hinterhergekommen. Nein. Ja, besser ist es. Egal, ich habe Kucha und Dodi. Ja, ich habe Dodi leben lassen. Ich war so, Dodi. Ich bin ein bisschen zu scharf um die Kurve gedriftet. Ich habe es gerade in der M-Ski gesehen. Das ging dann nicht ganz so gut aus. Das ist einfach rutscher gemacht. Das sah so geil aus. Nr. 3. Jetzt habt ihr jetzt schon wieder am Rechnen mit. Ich spiele, glaube ich, das Spiel gar nicht so wie ihr. Ich spiele einfach so vor mich hin. Ich rechne gar nicht nahe. Nein, ich gucke ja gleich eh nochmal aufs Spielbrett. Aber ich wollte es so abschätzen, ob ich so den Stern bekomme. Ah, na gut. Also, ich gehe immer, ich gehe bei Shonstime. Eins. Eins. Zwei. Ja, mächtig. Hey, schau mal, du kannst ein Item holen. Geh auf Shonstime, Bro. Geiler Dreier. Oh nein, stopp. Ich heb, nein, stopp. Komm, geh auf den Shonstime. Du kannst noch einen Stern verdienen dadurch. Shonstime. Ja, aber sie können doch einfach Münzen sparen und dann einfach einen Stern kaufen. Ich sage, Shonstime ist schon geiler für 12 München. München. Ich habe 12 Münzis. Münzis. Münzlis. Pumis. Pumis sagt, also der Cringe. Echt Cringe. Oh. Ah, knapp. Jawohl, Glücksfeld. Jawohl. Jawohl. Jetzt kommt das Rohr gleich eine große Pflanze und dann mächtig das einfach gar nicht mehr. Und dann seid ihr gepickt. Hurraak. Hurraak. Nicht solche Ausdrücke hier. Ja, hat man noch nie gehört hier. Oh, eine 10. Das ist eine zweistellige Zahl. Ich nehme die erste, die ist schön dick und rund. Ähm. Ja. Seht ihr, ich wusste, dass das eine gute ist. Ja, aber du behältst vielleicht sogar was geiles bekommen links. Oh. Ja. Ja, was richtig Gutes. War richtig gut, ja. Oh nein. Ich dachte mir, einfach mal für den Stream zeige ich euch mal, was das Bowserfeld macht. Einfach raus. Jetzt bekommen du 1000 Sterne. Bowser-Revolution. Ah, okay. Bowser-Mixer. Oh nein, bitte nicht Bowser-Minigame. Das ist Bowser-Mischer. Und wenn jetzt alle durchgemischet. Ja, also von den Positionen her. Ja, das ist, also, finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Erik, danke für, oh Gott, kurz Voicecrack gehabt. Erik, danke für den Raid. Ja, danke mir. Ja, danke mir. Ja, für die geht's gut. Und ich habe wieder einen schönen Stream. Ähm, ja, wir spielen gerade Mario Partie. Oh. Ähm, mit Paoni, Anthony und Burak. Jetzt muss ich aber nochmal 10 Münzen zahlen. Nee, finde ich doch nicht gut. Ja, Burak hatte gleich seinen zweiten Stern. Hallo, mein Name ist Burak. Lass es, Burak. Lass es. Lass es. Lass es. Ey, Toni. Nein. 345 Düben. I, kommen wir von Erik. Moin, ich bin Snorlek. Das geht, ich bin jetzt gut. Soll ich es nur lassen? Geht auch besser. Okay. Das ist die Pflanze von Yoshi. Das ist die Pflanze von... Mach doch jetzt nicht einfach die Kopfarbeiter raus. Und dann sagt die, ich wäre so ein Schwitzer. Ich gucke nur nach, wie... Ja, weil du die Kacke schon auswendig kennst, du Orsch. Nein, nein. Doch, Burak, wenn wir Yoshi's Island spielen, ich würfel so, bevor ich so gehe. Ah, okay, du bist auf dem Feld. Ja, weil ich die Map von damals noch kenne. Ja, ja. Ich bin ein Boomer. Was erwartest du? Du dreckiger Boomer. So, lass mich... Ich möchte da jetzt drauf kommen, dann quit ich. Mach das, will ich sehen. Ja gut, dann bin ich der Dschatz. Ein Stern. Jo, war ganz gut mit dabei, viel Spaß euch. Danke Erik, Kuss, Kuss. Tschüss, tschüss, Eriki. Oh, alle gegen Dauni. Ich bin der Hidden MVP in diesem Spiel. Oh, ich hab das Spiel bisher immer nur als Einzelner gespielt. Ich war nie Teil des Teams. Was muss ich denn machen? Du musst zum Ziel kommen. Und wir dürfen nicht tacklen. Ja, und ich darf... Mit Sprinten komme ich auch nicht wirklich weiter, gut zu wissen. Du musst manchmal... Also doch, ich komme weiter, aber... Ah, doch! Ja, ich dachte nur, weil ich gerade aufgehalten wurde. Ja, aber das kannst du nur dreimal machen. Ich kann das einmal machen. Oh, okay. Dreimal, dreimal. Drei Mal. Dreimal. Und ich muss einfach nur auf die andere Seite kommen. Du musst einfach nur bis zum Ziel kommen. Okay. Ich vertraue mal Kuscha und Burak, dass sie das schon schaffen. Äh, was? Was? Ich dachte, mit dem Springen komme ich da einfach durch? Nein. Ja, danke, Burak. Das habe ich auch gemacht. Der Sprint beschleunigt dich halt. Der tut dich halt beschleunigt und du kannst halt, also... Ausweichen so. Ausweichen sozusagen. Ja, ich dachte, damit kann ich so durchbrechen. Ja, okay, dann brichst du einmal durch jeden durch und hast gewonnen. Ja, eben. Deshalb war ich auch so verwirrt, warum das Spiel so aufgebaut ist. Nein, ich bin zwei Würfel. Oh. Da ist ein Chorstein vor mir. Chorstein! Chorstein! Tony hat die Kontrolle. Das ist ein guter Vergleich, Leon. Und mein Ghost kam, aber es geht schon wieder jetzt gut. Hallo, Marius. Mach was ich jetzt. Am besten. Ähm. Also bis auf Kuschas Dinger sind 87. Ich würde glaube, ob ich jetzt mal einen Doppelwürfel einsetzen soll. Ja. Ja, komm. Komm, Jörg. Jetzt kommt er. Das macht ja gar keinen Sinn, oder? Ja, natürlich. Okay. Nein, Burak! Ja, egal. Kack drauf. Nein, es macht... Ich habe einfach Glück. Ich hätte ja den Einten genommen sogar. Bitte. Bitte. 1 oder 2. 1 oder 2. 1 oder 2. Ah, 1 oder 2. Also da ist eine 1. Äh, 0 dahinter. Der wird so originell, Burak. Erzähl noch einen, bitte. Oh. Oh nein. Oh, Kuscha. Ich kann das gar nicht. Oh, Kuscha. Ich glaube, ich setze einen Pechwürfel auf mich selber ein. Du hast noch die nächste Runde vor dir. Sterne zu haben ist so eine schöne Sache, oder, Freunde? Ich glaube, ich bete einfach zu Allah, dass ich Ruhe. Also, Toni, wenn du keine Sterne hast, dann kannst du sie auch einfach verlieren. Oh Gott, das ist absolut richtig, Toni. Noch nie. Oh. Kommt jetzt einfach 20 Münzen rein in die Masse. Toni, du hast eh nichts. Bist du da, Mingo? Ich bin der Einzige, der verlieren kann. Also. 20. 20. Ich habe zwar nur 19, aber ich würde die 19 auch gerne prinzipiell behalten. Keine Sorge. 12 sind auch in Ordnung. Das ist weniger als erwartet. Ich bin immer Broke, was soll ich sagen? Verrückt ist auch... Oh nein. Ich hasse das. Das wurde immer gewinnt, Zorak. Du bist da aber einfach auch nicht mehr. Oh nein, nicht sowas. Ich hasse das so sehr, dieses Spiel. Ja, okay, da muss ich eigentlich gar nicht üben. Ich verstehe schon. Ich will nicht. Ich gehe kurz aus dem Spielfeldrand. Ah, komm, ich nicht. Schade. Ich wollte einfach gehen. Aber es bleibt auch noch, dieser dumme Blooper. Oh, nee. Ja, Blooper ist schon schwer. Ach, komm. Oh, ich habe gefickt. Du hast gefickt. Ich habe gefickt. Oh Gott, ja, ich auch. Ich gerade aber auch richtig hart. Ich werde auch nicht so lachen zu suchen. Ich sehe mich nicht, weil ihr Kleid zu fett ist. Ey. Was soll ich dann mit Donkey Kongs Ass sagen? Das sagt auch nicht, äh, das sagt, ähm, Dich. Äh, Kuscha. Ähm, was? Was ist das denn für eine Form? Das war ja richtig geil, Toni. Was ist das denn für eine Form? Ich wusste, ich gewinne das eh nicht, Chad. Ich bin so schlecht darin, deswegen. Ich habe einfach probiert, ein anderes Kunstwerk zu zeigen. Ich muss aber sagen, äh, Toni, dein Zweig. Ich habe auch ein bisschen rei... Ja, fand ich auch, aber anscheinend doch nicht. Ich habe freiwillig kapituliert. Wow, zwei Münzen dazubekommen, super. Hauptsache Donkey Kong macht den Daumen nach oben. Das ist das wichtige, Freunde. Immer wenn die sich da so umgucken, denke ich nochmal für einen kurzen Moment, es kommt wieder dieses Goldscheißerli, aber es kommt nicht. Oh, jetzt darf ich ja nochmal zehn Münzen zahlen. Super, das freut mich aber. Großartig. Ja, freue ich mich schon drauf. Endlich, meinem wundervollen Collagen Hallo zu sagen. Collagen. Collagen. Okay, doch, nochmal Glück gehabt. Einfach jetzt nochmal Bowser mischen. Aufschuldigung. Schade, ich hätte gerne noch ein Versusfeld gehabt, wenn ich ehrlich bin. Da wäre es mir dann jetzt egal gewesen. Okay, was machen wir jetzt? Hallo Sarah, ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag bis hierhin. Es ist eine Acht oder eine Neuen da drauf zu kommen. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich keine Acht oder Neuen wirfle. Ich glaube, dass ich es jetzt... Ja, das wird schon. Das ist eine Acht oder Neuen wirfle. Es wird schon, es wird erst schlechter, bevor es besser wird. Okay. Boah, dann muss es ja bei mir richtig gut werden. Münzen sind mir erstmal egal. Das ist okay für mich. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich eine Pflanze gepflanzt habe. Entschuldigung. Die kann nochmal klauen? Yep. Warum? Was? Ich weiß nicht. Manchmal ist es so. Ich kann dir auch nicht sagen, was du... Ja, das ist wahrscheinlich der Opferbonus. Ich finde ich noch eine nächste Runde, oder nicht? Nee, nee. Nee, das scheint, die kann noch ein weiteres Mal klauen. Oder das Spiel kann ich. Das Spiel ist gottlos. Ich hasse dieses Spiel. Und ich hasse die Mathematik. Mathematik. Machen wir langsam, ja? Alle eins erst. Oh, schau, du gottlos. Eins. Oh, doof. Mist. Ich hab da wohl, ich glaube, die eins mit der zwei verwechselt. Doch, aber ich... Also, ich hab nur die gepflanzt, die halt nur Münzen, glaube ich, klauen kann. Du hast nur die Wahl zwischen eins und zwei. Ja, aber ich muss taktisch überlegen. Gönne einmal in deinem Leben. Gönne einmal. Und das Problem ist, Burak ist halt so hart letzter. Gönne doch einfach. Du bist so ein gottloser Wichter. Er ist halt so hart letzter. Nee, verpiss dich einfach. Hoffentlich kommst du auf meine Pflanze, du dreckiger, hässiger, ekliger. Es tut mir leid, Toni. Ja, halt dein Maul, Burak. Ja, nee, halt deine... Komm, Leute, machen wir einen drögen, ja? Machen wir einen drögen, ja? Ja, ich hab schon die ganze Zeit gesagt, dass wir einen drögen machen sollen. Das uns jetzt mit drögen machen. Guck mal, Kusher, diesen Müssen dann. Ja, und am Ende gewinnt das Kusher. Und mein Gott sich im Strahl. Morgens. Ich muss. Ja, schon. Ich such. Ich krieg doch zwei. Zwei ist doch eine viel schönere Zahl. Woran schreibt, Charas Hass find ich sehr saftig. Ha, wir machen drögen, also. Danke. Kein Ding, Burak. Ist das eigentlich immer dieselbe Anzahlenfrüchten und so, oder? Ja, ich glaub schon. Gut, dass du was verkackt. Das ist komplett korrekt. Es wär egal gewesen, was ich gemacht hätte an der Stelle. Ja, dann mach doch jetzt einfach was. Wie wär's denn damit? Chill mal, bitte. Oh, Junge, was für chill mal, bitte. Chill mal, bitte. Schalt mal in den Gang runter. Du hast mich bewusst ausgewählt. Ja, zwischen dir und Downy. Du hast, glaub ich, zwei Sternen, oder? Ja, das ist natürlich nice, Sarah. Da muss ich dir noch einen schönen weiteren. Aber Downy ist ein Affe. Ja, ein geiler Affe, hä? Ja, das stimmt. Ich hab sowieso schon einen Nachteil durch meinen Ass. Was? Ja. Ja? Hast du gesehen, vorhin auf, also, ich hab mehr Donkey Kong als dieses, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Das Feld. Nein, nein, nicht nur, nicht das Feld. Es ging ja eigentlich mehr um die Maschine, da, auf der ich saß. Ja, die, ja, ich weiß auch, wie es da ist. Aber den Blooper, sagen wir einfach den Blooper. Okay. Okay. Oh, nö, du gottloser. Nö. Oh, Mann. Okay. Ich würde auch gerne einen Goldblock haben. So, goldig. So, einfach drei hintereinander, in denen drei Sterne sind. Du hast 93 Münzen. Ja. Genau, und warum hab ich 16? Das sind die Fragen, die ich gerne beantwortet hätte. Hallo, mein zweiter Stern. Hallo. 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 Presslufthammer, das ist das Wort, was wir gesucht haben. Ja, genau. Presslufthammer. Ja, hast du was dagegen? Ja. Okay, was passiert? Achso, mir ist das immer nur dasselbe. Es sind immer die dreckigen Pflanzen. Ja. Die dreckigen, ekligen, sputzigen. Einfach auf die Pflanze bauen, dass die was macht. Die Pflanze, sie wird mir den Sieg holen. Ja, weißt du nicht. Wenn ich das sage, dann wird dem auch so geschehen. Ach, den Pechwürfel auf mich selber einzusetzen. Nee, dann weiche ich nur dem Tod aus. Das ist aber, der kann nächste Runde immer noch geschehen. Jetzt einfach keine... Vier oder ne fünf. Vier oder ne fünf, bitte einfach nicht. Oh, ich hoffe ne vier. Digga, was? Ah, okay, ich krieg Münzen. Ja, guck, du sagst doch, die Pflanze, die wird's. Dauni hat so wenig Münzen. Der hat immer noch neunzehn, man. Nee, nee, jetzt hab ich neunzehn. Ja, aber da warst du auch einen Stern mehr als ich. Ja, aber da warst du auch einen Stern mehr als ich. Oh nein, nein, so funktioniert das gar nicht. Ah, weiß ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht. Da bin ich schon wieder Fallbein. Ich kenne mich, oh ne. Ey, da bist du doch voll gut drin. Aber ich mag das Spiel nicht. Oh, das kenne ich. Ich kacke. Ja, das wollte ich nicht ihm. Immerhin, dich Bill kommt, dann lassst du dich raus. Komm, 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 komm. Ja, äh, ich hab schon gedruckt. Ich hab auch schon lange. Ja, okay, tut mir leid. Tut mir leid. Ich hoffe, es tut mir leid. Nee, die Entschuldigung wird hier an der Stelle nicht angenommen. Oh mein Gott, schade. Nein, ich bin komplett runtergefallen. Oh fuck, oh fuck. Boah, ich spiele das gerade so schlecht. Ach du Kacke, meine Fris. Nein, was mach ich denn? Ich bin einfach, ich springe einfach gerade gegen die Käpte von denen die ganze Zeit. Oh mein Gott. Ein Frame. Nein, ich bin so ein Opfer. Ich bin so ein Gottverdammtes Opfer. Nein, ich... Nein, ich bin so ein Sitz rein runter. Nein, ich bin so schlecht. Ich war so viel besser beim letzten Mal. Ich bin einfach nirgendwo hingekommen. Ja, ich auch. Es war richtig unangenehm gerade. Es war gerade richtig unangenehm. Ey, ich hab... Hallo. Ich bin normalerweise... Mann. Ah. Ich bin so, dass das Prohack wieder 96 Münzen hat. Hallo. Weil er immer gewinnt, der Wichser. Ich glaube, dann müssen wir wohl doch auf die Chance Time gleich gehen, wenn wir da vorbeilaufen. Ich gehe die ganze Zeit auf die Chance Time. Chance Time! Chance Time! Wo kommt Chance Time? Auf den Pfeilfeldern. Okay. Du kannst einen Glückszahlbüffel kaufen und was steuern. Auf Kuscher. Wieso nur? Owe, habe ich mir gerade gedacht, weil ich mir nicht die ganze Zeit runtergefallen bin. Oh nein, habe ich mir auch gedacht. Gefolgt von einem Bueh. Ich habe mir gedacht, schaffe Sache. Und die Uhr hat sich gedacht, Tick-Tack, Tick-Tack. Und nach dem Spiel war ich... Und ich war so... Und ich war so... Und ich war so... Juhu! Und ich war so... Fast! Ich war so... Kann nicht sein. Ich weiß nicht, was auf Deutsch das steht. Was steht da drauf? Bei dem ich poste? Ja, nicht fair. Oh, nicht fair. Was? Lucky. Gut gehabt. Na, warte. Ich weiß nicht, ob ich die Sticker cool finde oder cringe finde. Das überlege ich, ne? Was denn? Ich finde die Sticker witzig. Ich finde die Sticker witzig. Vor allem, wieso nur, ist einfach eine Legende. Ja, wieso nur. Ja, wieso nur. Oder geschmutzelt. Wir haben... Gewonnen. Oh ja. Jetzt nochmal Münzen hinterher. Ich würde auch gerne auf ein Glücksfeld kommen. Ich würde gerne meinen Stern behalten, nachdem ich nur noch sechs Münzen habe. Oh Mann, Burak, du hast ja so wenig Münzen. Gut, dass du noch mehr bekommen hast. Das ist echt super. Ah, ich bin dran. Ich bin ja Donkey Kong. Da war was. Zehn. Das ist eine sehr hohe Zahl. Das ist sehr richtig. Oh mein Gott, ich hätte prinzipiell genug Geld für einen Stern. Da gibts erstmal einen Daumen nach oben, Freunde. Ich liebe Donkey Kongs Daumen nach oben. Ich finde ihn so super. Ich fühl mich... Im Gegensatz zu mir, ich werde jetzt sehr traurig sein. Ah, okay, nee, noch nicht. Ey, dieses Spiel lässt mich seit drei Runden darauf warten, dass ich einfach sterbe. Wirklich. Also ist mir gerade so... Jetzt den Pech für Flames dazu. Wenn du jetzt einen Stern bekommst... Ohohohohoho, let's go! Okay, meine Freunde, ich geh auf Science Time. Let's go! Let's go! So viel ist diesen Stern verlieren. Großartiges Spiel. Es macht so viel Spaß von vorne bis hinten. Das ist der Wahnsinn. Aber ich muss mir eh gleich Antonia abgeben, deswegen... Nein, hattest du mal einen. Das tut mir leid, das tut mir leid, Tony. Ja. Ach, das ist das Spiel. Junge, ich hasse ihn. Warum rennt er überhaupt weg von uns? Er ist doch Ostboote. Warum rennt er vor Briechen weg? Weil es mehr Arbeit wie ihn ist. Na gut, das sehe ich. Ah, okay, verstanden. Auch wenn ich das Konzept von dem Spiel dumm finde. Nimm doch! Du Stück Dreck! Boa, bitte! Hey, der nimmt ihn einfach nicht an! Hallo! Ich stehe hier auch, falls es dir nicht aufgefallen ist. Ich bin ein riesiger Gottverdammter Affe. Wie kannst du... Wie kann der mich nicht sehen? Ja! Gibt's auch Liebesbriefe? Ach nein, der Brief wurde in letzter Sekunde nicht angenommen. Was ist das? Was ist das? Verdient, es ist so verdient. Wofür verdient? Was habe ich? Du hast ja einen Stern bekommen, ja? Oh, du hast ihn einfach gerade tief reingeschoben bekommen. Gratis. Ja, das ist der Sinn dieses Spiels. Nein, das ist nicht. Du bist einfach nur, dass du leiden sollst. Ja. Und wir leiden und er nicht. Komm, Tony, chance time. Schaffst du's. Chance time! Und hier? Eine... Weg. Komm. Ach du Scheiße. Ich glaube nicht, Tony. Beliebe. Ich hab noch eine Chance. Was kannst du eigentlich? Ich hab doch noch eine Chance, Junge. Oh! Das Donkey Kong Fate lohnt sich ja wirklich. Also bisher hat die Pflanze Good Work gemacht, muss ich sagen. Da kann ich nichts gegen sagen. Daunis Pflanzen haben einen starken wirtschaftlichen Ertrag. Das ist sehr richtig. Und deshalb werde ich weiterhin Pflanzen anpflanzen, damit sie Kuschas Körper essen oder so. Oder was? 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 Und selbst wenn Daunis jetzt auf die Pflanze kommt, juckt's einfach gar nicht, weil Daunis einfach keinen Stern hat. Schade. Das ist absolut richtig, aber ich geh eh nicht auf die Pflanze. Okay. Weil dein geiler ist. Ja, ich hätt aber gerne das Glücksfeld mitgenommen. Nein. Bitte, liebe Spiel. Ich kann diese Höllenqualen nicht mehr. Gönn die zwei. Junge, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, das gehört so viel psychischer Druck gerade. Ich glaube, ich hab die letzten drei Runden eins gewürfelt. Ja, ich war erst auf dem ersten Ausrufezeichen, dann auf dem zweiten, dann auf dem blauen, dann auf dem zweiten blauen. Das tut mir aber leid für dich, Kuscha, Mann. Ja, mir tut's auch ein bisschen leid. Das ist gar nicht so ein spannendes Gameplay tatsächlich. Hä, ist doch insane. Eins. 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 Ihr müsst alle, also Daunis, alle drei. Mit dem Scheinwerfer auf die im Sämen. Ah, okay. Jetzt müssen, wir müssen zu dritt da drauf sein, okay. Genau, und die Blasen signalisieren so ein bisschen, wo sie halt ist. Okay. Das war aber jetzt nicht sehr nah. Nee, also ich sag, wir hatten sie. Ja, jetzt haben wir... Was? It's true. Hier, hier, hier. Ja, Bro. Antonia, sag mal ein bisschen... Was? Was? Wie sollst du die denn erwischen, bitte? Ich aber muss... Nee, das ist ja... Nee, das Spiel war... Also das war jetzt wirklich Betrug. Das war wirklich Betrug, ja. Das war ein bisschen scammy. Hey, vierter. Scammy. Immerhin passt jetzt meine Münzenanzahl dazu. 40. Komm, Toni. Zwei. Ich glaube an dich. Believe. Die nehmen die zwei. Believe. Wie noch nie zuvor. I'm a believer. Oh, ups. Da komm auf deine Planung. Richard schreibt, Toni, lass dir nichts sagen. Du hast nur das Geld bewiesen. Oha, danke, Richard. Richard, so ein dreckiger Arschkrieger, der Wahnsinn. Du hörst die, Alter. Scheiße. Oh. Ja, Ork, du. Einfach, Ork, einfach alles. Einfach mein ganzes... Schau, der hat sich wohl doch nicht gelungen. Und dann kriegt auch noch Burak der Geldsack wieder an. Du wirst alles, was ich besitze. Moin. Oh, fuck, ich gehe auch los. Hallo, Quinten-Zirkel. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Oh nein, deine 129 Münzen bleiben nur noch 126 übrig. Oh no. Gott, warum gehst du auf Shams-Time? Ich gehe auf Shams-Time. Auf Shams. Ah, im Chat wird geschrieben, eigentlich gewinnt das Spiel, was wir gerade hatten, immer das Dreier-Team. Dankeschön. Sehr nett. Ja, ich war einfach Skill bewiesen. Was will man halt sagen, ne? Was kommt hier jetzt eigentlich noch alles? Was? Du wolltest erstmal deinen Pechwürfel einfach ein. Soll ich machen? Ja. Nein. Ich habe gerade dreimal eine Eins gewürfelt. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich vielleicht, aber... Alter, wirklich. Oh mein Gott. Du kannst eine neue Pflanze pflanzen. Ja, aber wir sind in Runde 13. Ich habe noch nicht mal einen Stern. Egal. Mir ist nicht egal. Manche Leute kommen halt über das Late Game. Ich gebe dir gleich Late Game. Boah, ich hoffe so sehr, dass du zu meiner Pflanze jetzt dann kommst, Kusher. Bitte einfach nicht nochmal eine Eins. Bitte Eins. Oh mein Gott. Jünger, du heilig. Ich bin nicht verdient, Alter. Shams-Time. Man denkt, er verdient irgendwas. Okay. Schade. Okay. Können wir jetzt Burak bitte einfach schlagen? Ich würde ganz gerne auch ein Minispiel gewinnen. Auf geht's. Reifenrüfel. Oh nee. Was ist das nochmal? Oh, wir werden es das mit dem Beschleunigen und Bremsen auch. Nö, ich hasse das. Da wurde immer alle deine Mitspieler blockiert. Okay. Und einfach alle rein schlagen. Jünger, du hast immer nur Opferst immer Rechard. Ja, aber das hat ja auch einfach einen Grund. Oh, Kusher, bitte. Kusher! Bro, was soll ich machen? Besser spielen. Okay. Okay. Was ist mit euch vor? Du seid ihr jetzt so gut. Kusher, check. Nein! Oh, es hat nicht genug Gas gegeben. Du hast es geschafft. Aber es sollte okay sein. Der war gerade sehr viel da hinten beschäftigt mit uns. Das sollten wir eigentlich haben. Okay, die Strecke geht doch noch sehr viel länger, als ich dachte. Easy. Ich habe gerade anders reingeschwitzt. Ich hatte noch Axis Burr, als ich den Wind den ganz am Ende schafft. Das wollte ich nicht so grinsen. Das hatte ich auch, genau. Das war gerade gottlos. Und weißt du, was gerade passiert ist, ist, wenn es einer von euch ist, einer wird Kusher oder Downy meinen Stern gewinnen. Und dann denke ich mir, warum habe ich gewonnen. Für euch. Natürlich, weil ich nicht möchte, dass du Spurr kam. Ein Dreifachwürfel, damit kann sie drei Würfel gleichzeitig benutzen. Oh, und du gehst auf Downy's Feld. Krieg mein Leben. Oh, boy. Krieg mein ganzes Leben. Oh, boy, du gehst auf Downy's Feld. Du gehst dich auf Downy's. Nein, bei mir. Ah! Eins davor. Oder zählt das auch für mich? Nein, das zählt auch für mich. Das zählt auch für mich. Ah, das ist ja geil. Nett. Danke, Tony. Jetzt habe ich auch endlich meinen Stern. So nett von dir. Guck mal, jetzt bin ich Dritter. Tony, Junge, halt doch deine Füße. Ich will halt nicht, dass du durch den ekligen Wunag stirbst. Das ist doch okay. Ich glaube, das wird der einzige Stern bleiben, den ich heute bekomme. Hüte dich. Ich hoffe, gibt es ein Feld, wo Burak alle seine Münzen abgeben muss? Kann das auf dem Bowser-Feld passieren? Willst du mich verarschen? Boah, gehst einfach rein in die Chance-Time. Ich geh in die Chance-Time. Ich geh jetzt auch rein in die Chance-Time. Ich geh auch rein in die Chance-Time. Jeder geht in die Chance-Time. Dauni? 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 Dauni einfach eine 3 und landet auf meinem Feld. Ich würfel eine 10. Ja, auch nicht. Schade eigentlich auch. Warum bin ich hier? Oh, ich kann mir einen Stern kommen. Oh mein Gott. Und ich hab nie gedacht, dass ich zwei Sterne heute noch haben werde. Ja, so schnell wird man einfach zöter. Wieso nur? Wow. Dauni denkt sich grad so. Super. Danke. Ich hab mir so wehe. Gratulation, Dauni. Dankeschön. Dauni, ich weiß, was Dauni gerade ist. Moment, ich muss erst mal würfeln. Schade. Schade. Dauni ist grad so. Geht doch. Ja, das ist fühlig. Husten. Kippelige Rahmen. Ich glaub, die Rahmen sind da kippelig. Ah, das. Oh, das kenn ich auch. Ah, okay. Das hab ich noch nie gespielt. Was denn jetzt? Nö. Bist du lost? Tauni rasiert auf einmal ist schon late game. So sieht's aus. Junge, wie Dauni's Mut sich einfach geliftet hat auf dem Stern. Ich kann das alles nicht mehr. Naja, eigentlich hatte ich nie wirklich ne Mut, wenn ich ehrlich bin. Ich hab halt... Nein, dein Mut. Achso, Mut. Ja, das ist natürlich. Warum kann ich dieses Spiel nicht? Oh, fuck. Oh nein. Wirklich jetzt? Oh, Mann. Da hätte ich auch Erster werden können. Nein! Ein bisschen besser machen können. Immerhin mal Zweiter und nicht Letzter, aber ich bin nicht spiel. Der ist schon mal Progress. Oh, das hat mir drei Münzen gebracht. Na gut. Ich hab irgendwie mit so fünf oder so gerechnet wenigstens. Du kriegst drei, zehn, drei, zwei und null. Ach, danke, Kusch, das hab ich auch gemerkt, danke. Ja, offensichtlich hast du's ja nicht gemerkt. Ja doch, jetzt gerade eben schon. Ja, Toni, ich sieh's mal so. Du bekommst gleich den ersten Stern. Vielleicht kriegst du sogar Stern, kostet die Hälfte. Vielleicht hältst du auch noch mal deinen Baum, jetzt kommst du, wie der es darf. Oh, ein Dreifachwürfel. Oh, cool. Dann nehme ich jetzt meinen Stern und Würfel dann nochmal mit einem Dreifachwürfel und dann auf Kuschas Feld draufzukommen. Ich lieb's. Jetzt, Burak, rein in die Schanzkreie, jetzt los. Abfahrt. Ich freu mich schon an später den Grafen zu sehen, wenn ich so ne drastische Steigerung auf einmal hab. Das ist so ne gerade nach oben, dann wahrscheinlich einfach nur. Wow, wie hast du denn deine fünf so gut geworfen? Ich weiß doch nicht. Quasi geschenkt hast du das jetzt bekommen, Burak. Ja. Geil. Und ein Pechwürfel dazu noch geschenkt. Na, das ist aber nette. Oh Gott. Chance. Ich hab nichts mehr zu verlieren. Aber alles zu gewinnen. Doch, wenn ich jetzt mit Downey München tausche, dann kann ich das einfach nicht mehr. Stimmt. Ich kann einfach dann nicht mehr. Burak? Burak muss sich konzentrieren. Der ist gerade in Alpha und Omega. Manifestiert den Stern, du sagst. Der manifestiert Litschi. Burak, warum bist du denn? Ich kann an der Stelle nur... Halt dein Maul, Junge. Halt dein Maul. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich hoffe, ich habe dich so sehr. Oh mein Gott. Oh no. 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 Mario Party, ne. Das ist ein großartiges Spiel. Du bist so ein Wichser-Burak. Ich wollte eigentlich auf Stirn kommen. Halt doch einfach deinen Mund-Burak. Du kriegst es niemals hin. Also lass es einfach. Ich würfel einfach die ganze Weite eins und zwei. Ich hab auch gar keine Lust weiter zu spielen. So. Gibt es einen Standstern? Spaß für die ganze Familie. Ja, es gibt einen Trödelbonus. Ja. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es ist Runde 15 und ich habe eine Münze und null Sterne. Es ist einfach mein Leben. Was soll man sagen? Aber Antonia, du kannst Chance Time treffen im Gegensatz zu Burak. Deswegen. Mhm. Oh no. Nicht das. Oh no. Burak, ich habe so einen unbändigen Hass auf dich. Du nimmst mich immer so hoch. Es geht einfach nicht mehr. Ich glaube, wir können unsere Freundschaft nicht mehr weiterführen. Ich will da einfach nur Punkte machen, oder wie? Echt? Ja, ja. Bis 100. Nein, fuck. Ich bin so ein Opfer. Nein, warum bin ich so ein Hund? Ja, das frage ich mich gerade auch. Die Steuerung dazu ist so bad. Oh, ich bin bad. Ah, der plättet alles gut zu wissen. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Das wollte ich gar nicht. Ich bin so ein fucking Opfer. Es ist so unfassbar gottlos, was für ein Opfer ich bin. Es ist hart. Es ist hart. Ich bin so schlecht gerade. Wow. Nein. Oh Gott. Okay, alles richtig gemacht. Nein, das... Hä? So weit habe ich den nicht rübergezogen. Ja, das denke ich mir auch manchmal. Das ist so gottlos. So ein dummer Scheiß. Okay, das zählt aus irgendwelchen Runden. Oh, das war nice. Nein, fuck. Wie lange geht denn dieses Minispiel? Bis jemand 100 Punkte hat. Oh. Ich bin ja ganz weit weg davon. Ich habe gerade am Ende recht. Ich habe halt richtig hart. Nur noch 60 Punkte. Ich weiß nicht. Ich kann halt nicht gucken, wie viele die anderen haben. Ich glaube, ich habe einfach... Scheiße, ich hätte ihn drehen müssen. Ich hasse es. Ich hasse mich. Ich wollte ihn weiter rüber haben. Okay, das hat gerade richtig gut Punkte gebracht. Das war lecker. Boah, war das lecker gerade. Kacke. Ich sterbe. Nein. Nochmal. Nein, doch nicht so weit rüber. Ich bin da so schlecht. Hilfe. Wieso bin ich gerade so schlecht? Hallo? Du bist gerade vorne. Was ist mit dir? Hä? Digga, ich habe... Boah, ey. Ich... Also teilweise wurden die Dinger halt katastrophal gezogen. Teilweise habe ich so drei Blöcke hintereinander machen können. Nee, bei mir war meistens das Problem, dass es teilweise entweder zu krass nach links oder rechts gegangen ist. Ja, irgendwann sind auch... Die kommen auch irgendwann, fliegen die auch einfach automatisch schneller runter, ne? Ja, ja. Weil ich habe damit meinen normalen Tempo gespielt. Da und nie mehr gefällt, bro. Wenn ich das Ding quasi streichel und der sich denkt, boah, jetzt nach links, dann... Ja. Yashi, willst du drücken? Du bist nicht mehr Burak, du bist einfach nur noch Yoshi, möchtest du drücken. Yoshi? Leider. Ich gehe hier noch mal kurz strengen. Das ist Gott. Was da passiert ist? Und Leider hat die besten Siegchancen. Gönn einfach 20 Münzen, bitte gönn einmal in deinem Leben. Seit wir deinen Auftritt bringen. Irgendwas anderes als Münzen. Nur komm ich, ob es ja nur Münzen gesehen hat. Hey, schau mal, guck, du hast den Zündschmüssen wieder. Das ist einfach Burak. Du hast mir 30. Da fehlen noch 10 Burak. Wie gefällt euch denn das neue Mario Party bisher für die, die es haben zumindest, oder die, die auch nur den Stream gucken, enjoyt ihr es. Ah. Glückwunsch. Glückwunsch. Vielleicht kriegst du auch mal Münzen. Und was mach ich dann mit den Münzen? Ich gehe zwei Sterne kaufen. Ich gehe zwei Sterne kaufen. Oh, Maschallah. Einfach würfel jetzt wieder entspannt um die Map rum, coolen. Boah, jetzt ne geile Chance-Time mit Münzen, die würd ich fühlen. Ja, eigentlich schon, ne. Von Burak, ja. Auch mega schön. Der hat 128. Ich bohr an einfach drei Sterne. Ein Kuscher auch. Das kann, das muss man. Ich finde, das neue Mario Party ist auch ein paar kleine Dinge ganz gut. Ihr habt auf jeden Fall das beste Mario Party, seitdem der Entwickler geswappt hat. Das ist korrekt. Und dann renntest du mich auch noch gottlos um Burak. Wie so ein Arschloch. Ja, danke, Dauni. Bitte. Ich hätte es nicht besser ausprobieren können. Oh, Kuscher. Komm, sitzt alles, Burak. Ja, mal holst du halt auch machen. Okay, geil. Oh, weh. Erstmal, oh, weh. Auf ein gutes Spiel, Burak. Auf ein gutes Spiel. Oh Gott, ich habe gerade so viel Angsthilfe. Ich kann das gar nicht. Bitte jetzt nicht. Hüte dich. Was, was ich kann. Hüte dich ist mein Lieblingssticker. Oh nein, ich hasse dieses Spiel. Nee, nichts Burak. Ich hasse dich. Geh weg. Boucher. Ich hasse dich. Boucher, 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 boucher. Finde ich das scheiße. Also mein Ziel wäre es ja, dass wir jede Map einmal im Stream spielen. Ja. Sondern es ist für mich das Spiel im Endeffekt im Stream quasi durchgespielt. Ich bin auch falsch gelaufen, glaube ich. Ähm. Ja, der prankt dich. Habe ich das hinbekommen, weiß ich nicht. Wir haben das andere Mario Party, war der Versuch, da habe ich glaube ich auch nur vier Maps hinbekommen. Okay, chillig. Solange ihr Spaß habt, dann ist das Wichtigste erreicht, Freunde. Nein, schon weiter als Cushchef. Okay, krass. Du spielst du, Chef. Ach, Bräuerklasse. Oh nein, fuck. Immerhin habe ich mir noch den Stern gekauft. Wenn das letzte Runde passiert wäre, hätte ich mich, glaube ich, einfach geflachtet. Oh, das klingt nicht so. Jetzt kann ich gerade auf Chance Time gehen, voll schade. Chance Time. Wow, jetzt kann ich sogar mit meinen Münzen wirklich wieder was verlieren. Ich packe es nicht. 150 Münzen, Bräuerk. Wie fühlt man sich so? Die Schnauze will ich nicht wissen. Reicht jetzt. Ach ja, Blumenlot. Oh, an die Kacke habe ich auch schon wieder nicht mehr gedacht. Ach, dieses Schass. Du kriegst ja gleich wieder 10, 2, 1. Ja, aber das dauert noch so lange. Gleich. Gleich ist eine Fata Morgana. Wow. Wow, so eine schöne Blume. Oh, okay. Ich habe eh nichts. Also ist das okay für mich. Also, für mich ist es nur, ich kann nur Gewinne. Ach, toll. 20 Downy, komm. Ich würde es auch dick fühlen. Ich mache da eigentlich nur Plus aus. 15 auch gut 15 auch gut kann man sich nicht beschweren oh ja sprung chance dafür ich bin ja professioneller ok ja ich weiß wie es geht ich fühle mich jetzt so unter druck gesetzt oh gott ihr könnt das viel zu gut ich habe eine andere taktik jetzt angewandt als jeden knopf einzeln zu drücken tatsächlich ja du mich auch so weiß ich werde ja so viel ich kann das hat und jetzt am ende hat es funktioniert ich verstehe ich habe das schon mal gespielt und da bin ich auch so quasi drüber gestreift und da hat es nie funktioniert bei mir nein da ist es immer kann ich mir nicht mal mehr in glückswürfel kaufen ich meine einen schenstern würfel nein schenstern würfel heißt aber um die vollzeit verloren das schmeckt ja ich habe 15 minzen gesetzt ich habe drei zurückbekommen du hast noch mal ein plus eins bekommen so ach so habe ich nicht gesehen habe ich schon weggeschaut und trainiert nachgedacht über mein leben alles gut ich verzeihe dir ich verzeihe dir also klar ich meinst das glücksfeld das ist cool aber trotzdem ist es einfach du kriegst doch gleich den trödelbonus ja wenn er kommt ja aber ich höre euch das spiel finde ich besser als das ausschneiden das ist dieses mal spiel ne weiß ich nicht ob ich das besser finde ach ich hasse das ausschneiden ja ich wusste nicht dass ich nicht so nach vorne preschen kann aber sieht halt auch dementsprechend aus bei mir jetzt kann ich glaube ich schon ich will auch gar nicht ich will auch gar nicht dieses spiel spielen glaube ich ich will es gar nicht spielen ne lassen wir es guck mal wir machen jetzt ja also wenn ich nicht gewinne dann weiß ich nicht wer letztens das man trotzdem macht und sich die prozent geht aber auch wegen einem prozent bin ich verträger worden ich kann es nicht das training noch gelohnt die 69 ja das online training das habe ich schon auch damals bei ich sag doch aber wenn ich mich ja am besten mit dem pro controller sehr schön angenehm also ich bin pro controller am geilsten man kann mit joycons spielen aber nein 20 ist eine sehr hohe zahl eine sehr richtige aussage vielleicht wow mein erster stern ich bin so stolz auf mich herzlichen glückwunsch ich verlaufe halt über das schanzteamfeld einfach jetzt drüber ich glaube nicht sogar du bist glaube ich ein zwei felder vor du hast noch elf du hast noch zehn oder ich weiß nicht genau du hast elf ich glaube du hast noch zehn aber ich will ja nicht der springende faktor sein deswegen glaub lieber burak und hasse ihn dann hab ich jetzt zehn oder elf du hast elf du hast elf ich schwör auf alles ich weiß jetzt nicht ob du auf alles schwören solltest jetzt gönn bitte einfach gönn junge gönn bitte gönn willst du nach links oder willst du ich will nicht nach links kommst du auf chancetam drauf ja ach du scheiße ach nö ich kann das gar nicht diese toni ich hab dich nicht angelogen bitte probier einmal in deinem leben hast du mich nicht angelogen oh gott nein ach du scheiße ja gut das ist ja wow ich krieg drei münzen freunde oh nein ja das ist das übelste gelb weil das ist dazwischen den zwei sternenfeldern und dann bist du halt einfach gewähnt ja ich hätte gern wenigstens mehr münzen gehabt jetzt krieg ich einfach nur drei oh nee was hast du zehn auch für ansprüche hier das reicht jetzt ja dass du dich mehr anstrengst ok ok es tut mir leid kusche ist das deine mission hallo kusche oh ach Burak ich muss aber jetzt damit geht's halt für scheiße ich hasse dich zu sehr aber na gut dann geht's mal in eine neue runde von spaß und abenteuer oh ja ich hätte auch gern so viele münze zwanzig mal nicht damit nein zwanzig jetzt mach's ruhig bitte jetzt das wo man die wüsten dinger mit dem hammer schlägt komm ne oh nein ich hasse das spiel ich kann das spiel nicht weil ich mein gehirn das nicht verarbeiten kann so schlau so schlau so schlau merkt ihr die anspannung in den fingern der zwei kontrahenten ich merke sie sie starren einander an sie spüren die liane zwischen ihren beinen stopp stopp nein Ruck anscheinend nicht nein kusche anscheinend auch nicht ich glaub es war Burak um ein paar schnau ach du kacke ja komm also das war ja du warst eine millisekunde ach man na super Burak hat noch mehr Münzen das ist ja großartig der ist bald bei den 200 ich hoffe du kriegst keinen einzigen Bonusstern und wirst einfach richtig in den Arsch gespielt ich schwere bei gott ne wenn er jetzt noch mal oh 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 ich hoffe du kommst einfach nicht mehr dahin ich komm da eh nicht mehr hin ich geh zur Pause komm chance time chance time oh das könnte chance time sein chance time chance time Freunde und Duell come down ich lass uns alle Münzen setzen Freunde come back in all in oh nein Scheiße ja ich nehme jetzt die drei ich hätte gerne eine Münze noch so auf Reserve achso ja verstanden ja ich wollte jetzt nicht mehr extra zurückgehen um auf 4 zu stellen da war ich zu faul da hab ich einfach A durchgedrückt da ist mir das jetzt doch zu egal oh nein da war ich richtig dreckig schlecht drin dreckig schlecht ja war dreckig schlecht oh Gott oh nicht die Innenseite ich will nicht die Innenseite ich mag die Innenseite nicht ich dachte schon ich verkacke jetzt schon oh Mann du weißt du kannst dich auf dem Ding auch bewegen Dauni ne kann ich das will gar nichts ja hat gut funktioniert Kuscher danke dass du ihm hey danke für die drei Münzen Dauni immer wieder gerne Toni du weißt doch ich bin ein Gönner vom Herrn ja ich mein ich hab dir ja 30 geschenkt richtig so siehts aus und einen Stern hast du mir quasi auch gegönnt also von dem her ich denke drei Münzen zurück das gleicht die Schuld wieder aus also ich sag ganz ehrlich derjenige der durch Sean's time meine Münzen und meine Sterne bekommt hat's ja Lied Uwag lass es doch einfach ok Freunde ich bin das jetzt passt auf ich werd übrigens einfach nur drücken ich werd nix timen glaube ich ich krieg das eh nicht hin ok ich krieg das eh nicht hin Freunde wenn er jetzt mein Kopf oh scheiße nein nicht auch noch Burak Noni ich hasse dich grad auf so vielen Ebenen das ist unfassbar das war ja keine Absicht ich hab bei dem Rechten einfach nur gedrückt weil ich schon gesehen hab dass ich das nicht timen kann aber das kann man timen man kann's zumindest probieren ich lieb's Spiel ich mach richtig gut drauf ich bin grad so sauer ah ich hab nicht genug Münz ah cool rotes Feld ok perfekt dass ich eh keine Münzen hab die ich irgendjemand geben kann ah cool naja ich halte diesen emotionalen Ballast nicht mehr aus ich kann nicht mehr oh Treibsandswirbel Maschallah ich hock Burak in den Treibsand rein oh man oh man das ist eigentlich übel schlau nicht zu machen ach du scheiße ne ich wollte einfach noch nicht üben deswegen ich glaub du wurdest grad eingesaug davor ich glaub du wurdest grad eingesaugd davor da frag falle nicht nur die bei mir kommt halt auch nichts runter gefühlt ne ja aber noch welche ja ich glaube wir kommen zu nix mehr noch einen stern kaufen und meine ganzen und gegen die wand geworfen ich wollte irgendwas geräuschliches machen weil sonst wären die eltern reingekommen hätten gefragt ob es mir gut geht dann hätt ich die wahrheit sagen müssen nein um sie auszusprechen ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren ich nehme jetzt einfach mal meinen Film hey sie sagt ja wirklich yay oh nein ich hasse alles so vielleicht kommst du doch zum Sternfeld die bütter kam einfach aus seinem mund heraus ich sag dir ehrlich ich glaube das lohnt sich nicht mehr wenn da jetzt jemand drauf geht dann kann ich nicht mehr atmen dann geht es einfach nicht mehr ich hab dann einfach auf einmal auf ach man ach diese runde würfelst du ja die ganze Zeit als erstes Bild er hat mir so viel gebracht also schade eigentlich warum rutscht josh ja nicht wie ein Opfer da runter ich kann das nicht ey ich hate ja auf mich aber nicht auf joshi hab du dich gut ja ok das akzeptiere ich ja ich auch sehr schön oh wir sind wieder im rennen freunde wir sind wieder im rennen ok ich bin auch im rennen du rauscht wieder kuscher ich rauscht aber du rauscht wieder kuscher ja ich rauscht aber ach Gott alter jetzt müsste er wieder besser sein uuuh oh nein es ist eine 50-50 ich glaube du verlierst sie und Ich weiß gar nicht, ob das so viel besser ist für dich, Bro. Doch, weil dann... Also wie willst du jetzt da rüberkommen? Also jetzt halt höchstens noch gaming könnt, dass du aufs Glücksfeld kommst oder halt Minispiele gewinnst, so in den zwei Runden. Ja, das ist korrekt, ja. Oder wenn jetzt halt Münzband kommst. Ja, schade. Monty's Rache. Ich hasse... Boah, ist Monty's Rache das mit dem Kopf aus der Erde stecken? Ja, der wurde einfach... Ah, der ist geil, nee, das feier ich. Der wurde einfach aufs Spiel gepatcht, auf einmal nimmt der einfach jetzt Rache. Er kann nicht mehr. Ja, auf wie schnell ist er denn gejumpt? Ab kurzem ist ein Bolt geworden. Was, nein? Ah, da war ich... Ich dachte, ich wäre schon wieder wo ganz anders. Ich habe zu spät realisiert, dass ich länger auf diesem scheiß A-Knopf drücken muss. Du musst geduckt halten, ja. Ja, aber ich glaube selbst dann hätte ich nicht gewonnen. Also es bringt mir ja sowieso nichts mehr, es ist eh schon alles egal. Du bist das Problem an der ganzen Sache. Du bist das Problem, Burak. Wir hassen dich. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Naja. Ich kann nicht mehr. Ich muss eine 9 Würfel nächste Runde kusher. Nein, nein. Das ist recht viel. Niemand mehr. Niemand mehr. Ah ne, das. Das ist das letzte vom Stern gehört mir, aber da kommt ja keiner mehr drauf von euch. Vielleicht Downy ist noch. Ja, wäre mega geil. Na 10? Na 1? Geil. Boah, kannst du da was pflanzen Downy? Ja, hab dich jetzt vor. Okay, geil. Ich habe ja Burak einen Stern geschenkt, der eigentlich mir gehört, deshalb hole ich mir den jetzt noch. Warte, warte mir. Ich finde doch gut, dass einfach alle meine Sterne zu jemand anderen gehören. Ich nicht. Ja, weil Toni wurde ja an dich geschickt, aber der sollte ja nicht. Oh mein Gott, Freunde! So. Burg hat nächste Runde eine 2 Drittel Chance, dass der Stern an Downy geht. Chillig. Feier ich. Oh Gott, Loser, ich hab grad eingedacht. Ich hätte auch auf mich selber einsetzen können, damit es safe nicht auf Downys Feld. Komm, aber hey. Ich gönne lieber Burg den Untergang. Ah, so geht's natürlich auch. Du kommst nächste Woche. 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 Komm Downy. Nächste Woche komm ich nicht Zusammenschlag. Nee, ich weiß gar nicht, ob ich mit dir gewinnen will. Hä? Hockey-Duell. Ich geb was für dich. Du hast so viele Münzen. Der Torwart ist, wo ihr beide richtig kacke seid. Oh nein, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Ich bin so schlecht in diesem Spiel. Oh, das sieht witzig aus. Da hab ich Bock drauf. Ich ne. Habt ihr gesehen, wie ich das Tor gemacht hab? Von hinten. Ja, Kucha ist der Torwart. Du kannst nicht viel von mir erwarten. Es gibt mir leid. Ich erwarte gar nichts mehr. Ich erwarte nichts mehr von diesem Spiel. Oh, Kacke. Das wird mir jetzt ein bisschen zu schnell. Das ist mir grad ein bisschen zu viel. Ich kann das nicht mehr einfach stehen. Nein. Nein. Ja. Nein, scheiße. Ich hab zu viel dahin geguckt. Das war alles zu klein. Ich war zu gefestet von der Spielerei. Ja. Ja. Jawoll. Du musst halt wieder so ein bisschen Action-Schmeckchen machen. Oh Gott. Das ist mir leid. Ich bin einfach ein Aufmermer. Was war mein Tag? Tschüss Quintze. Das war ja mega geil. Ach du Scheiße. Ich glaube, das war bisher mein Lieblings für den Spiel. Ey, 10 Münzen. Cool. Burak hat schon 222. Cool. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Münzen haben kann. Ich weiß gar nicht, dass ich sie einfach so klein möchte. Komm, 10. Ich brauche nicht. Was? Schau mal, du bekommst noch Münzen. Boah, kannst... Warum redest du überhaupt nicht? Dem Burak, Junge. Kannst du A drücken? Was ist los, Robin? Ich hab kurz in die Ferne geschaut. Das war der Schmerz-Code zerträglich. Nein! Jawoll! Ja, ich krieg den Stern! Kein Ding, Downy. Weißt du, entweder du oder ich sollten gewinnen. Hä? Ich weiß nicht, in welcher Dimension ich gewinnen soll. Egal. Egal. Ja, ich hab keine Chance mehr wegen dir, Burak. Das ist komplett korrekt. Ja, also dir würde ich auch gerne, aber du kannst halt nicht mehr gewinnen. Ja, ich kann auch einfach gar nichts mehr. Also wenn ich das gewinne, ist das Scam. Ich glaube, ich kann auch nicht mehr gewinnen wegen den Münzen. Wegen den Münzen. Scheiße. Oh, 8. Vielleicht komm ich noch auf Tonis Feld. Nee, kommst du nicht, glaube ich. Oh, doch! Sag ich doch. Oh, erst mal ein Duell. Schätzko! Jetzt gehen wir aber all-in, Freunde. Jetzt wird's noch mal wild in der letzten Runde. Ähm. Komm, du bist bereit? Ja, ich bin schon richtig gerill unterwegs. Dann machst du heute Party? Ich mach heute Party! Ich hasse alle, ich will das dir ordentlich. Oh, ja! Ja, dann bin ich Schlitzer drin, so ein Spiel. Das hab ich studiert. Jetzt nochmal Autorennen. Okay, ich kommentier das jetzt. Was habt ihr für Bonus-Sternen? Ich hab keine Ahnung. Ja, aber alle Bonus-Sternen. Ja, aber alle Bonus-Sternen. Betteln sich in einem epischen Duell um Leben und Tod. Oh, scheiße. So schnell komm ich da doch gar nicht rum. Beide erwischt das Elektronetz. Beide wirft es zurück. Doremi leicht im Vorteil. Aber Dauni holt gerade auf. Als ob da oben was war. Ich bin einfach zu dumm. Ich kann nicht mehr rechnen. Ich kann nicht mehr atmen. Wieso rechnen? Was rechnest du hier? Ich weiß auch nicht, was da rechnen. Aber Dauni wird vom Elektronetz getroffen, was Doremi eine Möglichkeit gibt, nach vorne zu preschen. Scheiße. Doremi weicht gewieft den Elektronetzen aus. Aber ist das genug? Ist das genug am Ende des Tages, meine Damen und Herren? Wo sollte ich denn den... Hä? Oh, Dauni. Das war ja eine Zinkerei. Oh, das ist ein Sieg für Dauni. Schade. Daumen nach oben an der Stelle. Ja, ich hab eh nichts mehr zu verlieren. Ja, kriegst du ja jetzt noch einen Stern. Ja, immerhin. Aber du kriegst jetzt 20 Münzen. Ja, das ist mir relativ egal, wenn ich ehrlich bin. Ah, fuck, weil die wird's... Oh. Aber finde ich schön. Dadurch, dass ich den Pechwürfel eingesetzt hab, kann jeder die Partie mit einem Stern beenden. Huh. Ich hoffe, du gibst noch einen Stern an Dauni ab. Hä, die Pflanze ist doch weg. Bist du lost? Ne, Dauni Stern. Ne, Dauni Pflanze. Hä, das war doch Daunis Pflanze. Ne, da ist noch eine. Aber die ist klein, oder nicht? Ne, ich glaube, da ist noch eine große da. Also, wenn die große zwei abziehen kann, dann könnte sie noch da sein. Aber ich glaub, die kann keine zwei abziehen. Ist meine Pflanze noch da, Kruscher? Ne, die ist auch weg. Es sind gar keine Pflanzen mehr da, bis ab oben. Auf der Karte. Und die gehören... Äh, ja. Okay, mach ich. So. Ja, aber ich sag statistisch gesehen, meine Pflanzen haben, glaub ich, immer was reingeholt. Ja, das ist korrekt. Waren wilde Pflanzen. Gut gemacht. Aber wer ist noch eine Pflanze von Dauni? Komm, Glücksfeld. Klaub alle Buraks Sterne. Okay. Oh, der hält sieben Münzen. Fast das gleiche. Wow. Letztes Minispiel. Das wird nochmal richtig wichtig, Freunde. Oh, Kuscher. Hallo, Dauni. Wir machen die mal fertig. Auch wenn wir jetzt gegeneinander sind, gleich müssen wir diesmal zusammen... Ich bin dafür, dass diejenigen, die das Team-Spiel gewinnen, auch eigentlich die Partie gewonnen haben. Okay, Dauni, wir müssen das... Oh, Kuscher, komm. Ah, das ist nass. Okay. Okay. Und diese bewegende sich Person. Ah, und das muss... Was muss das? Ja. Doni, du musst einen Kreis drummalen. Okay. So, jetzt nach oben. Ah! Aber warte, müssen wir zusammen den Kreis ziehen, oder jeder einzeln? Ja. Ja, du musst den einen Halbkreis ziehen, ich ziehe den an, aber wir laufen gerade einfach nur gegeneinander. Okay, das wird eine Katastrophe. Auf Schoß. Doni, du versperrst den ganzen Weg. Ich kann das nicht. Das wird ein super Mini-Spiel, ich sehe das schon. Eigentlich will ich gerade nicht mit ihr gewinnen, aber... Ja, genau. Genau so. Genau so, komm. Oh shit. Nein, der ist ausgebüxt. So ein Auslob. Ja, ausgebüxt. Ja, ausgebüxt. Okay. Hä? 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 Lass unser eigenes Kunstwerk machen, Toni. Okay. Warte, komm. Aber einer muss schon... Also komm, hallo? Es funktioniert. Am Anfang hat es funktioniert. Am Anfang hat es funktioniert. Und dann war es ja nicht. Also, als dritte Burgspieler haben wir irgendwie vier oder fünf Film bekommen. Ja, weil... Wir viben immer. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es vorbei. Okay, komm, jetzt gönn bitte die Boni, bitte. Einen Bonenstern bekommst du das schon gewonnen. Münzenbo... Ja, okay, komm. Ja, wahrscheinlich. An wen geht der wohl? Dau, nix. Dau, nix. Oh, Yoshi. Das war schon der Zubauer. Das war nicht, oder? Den hat Kusher, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Habe ich jetzt gewonnen? Ich habe gerade gar nicht mitgezählt. Ja. Du hast doch einen Stern mehr. Ja. Fick Burak, geil. Fick mein Leben, geil. Hey. Schau mal, Toni, du bist nicht Letzter. Ich bin nicht Letzter? Nee, ich bin ja Letzter, weil du noch einen Stern von mir bekommen hast. Bei Toni kam die als erstes. Hallo, Dauni. Letz go. So sieht's aus. Schade. Echt schade, Burak. Du bist ja Superstar. Richard, halt einfach der Maul. Burak hat fair und verdient verloren. Er ist absolut korrekt tatsächlich. Obwohl, ich sag ganz ehrlich, ist das schon mal von dir, den Pelchwürfel da einzusetzen. Ja, der war tatsächlich sehr wichtig. Es ist gar nicht dir. Ja, also hat Kusha wegen mir gewonnen. So sieht's nämlich aus. Ja. Ja. Kann ich auch einfach neidlos anerkennen, muss ich sagen. Schon mit 232 Münzen, ich kann das nicht. Der eine grüne Balken, der da straight nach oben geht nach Runde 13 oder so. Super. Und jetzt gleich noch eine Runde Spaceland hinterher. Oh, ja. Mega geil. Habt ihr denn Bock auf noch eine Runde oder seid ihr ab heute ausgelaugt? Wie sieht's aus? Hast du noch Bock? Also ich hätt noch Bock auf eine, muss ich sagen. Dementsprechend schicke ich jetzt die Menschen zu Kusha rüber, weil ich bin jetzt raus. Ähm, ich glaube, Rechard steigt ja jetzt ein für mich. Ja, ja, Rechard. Perfekt. Okay. Dann könnt ihr bei Kusha noch ne knackige Runde sehen, da wird's genauso viel Spaß geben. Viel Spaß da. Dann wird's auch gottlos. Jetzt wird's wirklich gottlos, man.